Zum Thema Fleischarten oder unterschiedliche Fleischarten von unterschiedlichen Tieren ist zu sagen, dass der Hund selbst für ihn selber gar keine Abwechslung braucht. Also wenn den Hunden die Kunde vielleicht schmecken und sie das wollen, können sie das auch 15 Jahre lang fressen. Das ist überhaupt kein Problem. Zu beachten ist es, dass manche Tierarten unterschiedliche Fleischarten nicht vertragen. Zum Beispiel sehr viel Fett des Kopffleisch ist manchmal einfach zu viel Fett. Aber nicht weil sie abwechslung brauchen, sondern weil sie einfach das Fett nicht vertragen. Es gibt Hunde die Allergien haben. Die vertragen nur Pferdefleisch oder nur Lammfleisch. Es gibt das alles. Für die ist eine Variation sehr sehr sinnvoll. Für normale Hunde, die das Leben lang gewohnt sind, sehe ich kein Problem auch jahrelang ein gleiches Futter zu füttern. Das ist auf Deutsch man. Muss nicht, aber man kann abwechslung. Wenn sie einfach sagen, ich esse auch immer was anderes, könnte ich mir vorstellen, der Hund hat das auch gerne. Dann können sie es halt machen. Für medizinische Login achte ich es nicht. Es sei denn, es ist eine Grundkranke damit. Zum Beispiel eine Allergie oder eine Krankheit in den Organen, wo ich ein spezielles Futter brauche. Zum Beispiel sehr hochwertiges Eiweiß, wie es im Fisch zum Beispiel ist. Und möglichst geringe Fett anwenden. Da kann man nichts brauchen zum Beispiel. Oder zum Beispiel Ergiger, die nur Lamm vertragen. Oder nur Lamm mit Reis vertragen. Oder nur Pferdefleisch vertragen. Das gibt es natürlich. In diesem Fall würde ich auch nur bei dem Futter bleiben. Aber für einen normalen, gesunden Hund muss die Abwechslung nicht sein. Wir Menschen wollen unseren Hunden eine Freude machen. Was ich total verstehe. Dann kann man es natürlich machen. Aber medizinisch unbedingt wäre es nicht. Sollten Sie andere Fragen haben. Irrelevant, ob die Fütterung betreffen oder Tierärztliche Fragen, können Sie mich sehr, sehr gerne fragen. Fragen Sie einfach mich, den Giebel und posten Sie hier.